Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 26. Januar. Heute haben wir dabei Casey Neistat, Xbox Game Pass, iBooks, iTunes, Mitomo, Chrome und WhatsApp Business. Beginnen tue ich mit Casey Neistat. Der hat ja Anfang 2016 seine App Beam, Beami geschrieben, an CNN verkauft. Die haben die App auch direkt eingestellt, weil eigentlich wollten sie nur als Team einkaufen. Dann haben die jetzt anderthalb Jahre, in Anführungsstrichen, rumexperimentiert mit News-Formaten und jetzt ist es vorbei. Okay, Beam wird in CNN eingegliedert und Casey Neistat und sein Mit-Co-Founder, die verlassen die Firma auch komplett. Das Team wird entweder auch gegangen mit einer Abfindung oder es werden neue Jobs für die gesucht. Und so ein paar News-Formate, die Beam entwickelt hat, werden wohl auch auf irgendeine Art und Weise in CNN überleben. Casey Neistat hat auch natürlich ein Video dazu gepostet, so ein bisschen was dazu erklärt. Könnt ihr euch angucken, ist verlinkt in dem Artikel, der in den Shownotes drin steckt. Nächstes Thema, der Xbox Game Pass. Der wurde vor ein paar Tagen angekündigt und nun wurde auch bekannt gegeben, dass a, alle neuen Xbox-Spiele von Microsoft Studios auch da drin enthalten sind. Und wenn die Spiele Play Anywhere unterstützen, dann kann man mit dem Xbox Game Pass die Spiele auch auf dem PC spielen. Schöne Sache für die, die es interessiert. Schaut es euch an, vielleicht passt das ja für euch. Jetzt gehen wir mal und gucken uns ein paar Mac- bzw. iOS-Betas an von Apple. Denn da sind ein paar interessante Sachen aufgetaucht. In der iOS-Beta, in der aktuellen, heißt iBooks, das ist der Store bzw. die Verwaltung, wo Apple seine E-Books drin listet und wo man die auch kaufen kann, heißt nur noch Books. Also das I, das I, das wird jetzt irgendwie fallen gelassen an allen Ecken und Enden. iBooks heißt nur noch Books. In der macOS-Beta heißt es allerdings immer noch iBooks. Das ist ein bisschen verwirrend, aber wahrscheinlich wird sich da auch noch was tun. Was sich in dieser macOS-Beta-Arbeit auch tut, ist, dass iTunes noch ein bisschen entschlackt wird. Dort wurde ja bereits der iOS-App Store rausgenommen und die Synchronisation mit den ganzen Apps. Und wie es jetzt scheint, wird auch der Bereich Podcasts rausgenommen und bekommt einen eigenen Bereich, nein, also nicht einen eigenen Bereich, eine eigene App innerhalb von macOS. Wir natürlich als Geek Talk und Geek Talk Daily finden das super. Thema Podcast ist nun wirklich ein brandheißes Thema die letzten Monate oder das letzte Jahr schon hinweg. Und Apple hat das anscheinend auch mitbekommen und trägt dem jetzt Güte. Schöne Sache, ich freue mich und bin gespannt. Wie gesagt, ist noch nichts bestätigt, aber auf jeden Fall in der macOS-Beta wurden da einige Hinweise schon gefunden. Nächstes Thema, Nintendo und Mi Tomo. Ich weiß nicht, ob das noch einer von euch kennt. Das ist, also Mi Tomo, das ist die erste App damals von Nintendo für iOS und andere Smartphones. Was damals eine echte Überraschung war, weil Nintendo ja nichts mit anderen zu tun hatte, sondern immer nur für sich selber produziert hat. Und ja, da konnte man seinen eigenen Mi erstellen oder wie das auch immer hieß. Das ist so ein virtueller Avatar, der auch schon bei der Nintendo Wii Verwendung gefunden hatte. Ja, außerdem konnte man Mi Tomo auch noch mit diversen Spielen koppeln. Es gab In-App-Käufe und weiß der Teufel was. Und ja, damit ist Schicht. Es wird eingestellt und zwar zum 9. Mai 2018. Dann ist Schicht. Seit heute kann man auch schon keine In-App-Profe mehr tätigen. Und ja, wenn die App dann weg ist, sind auch die ganzen Inhalte aus anderen Spielen weg, mit denen Mi Tomo verknüpft war. Beispielsweise Super Mario Run. Also, falls ihr Nutzer seid von Mi Tomo, guckt mal, ob ihr da irgendwas machen könnt oder müsst oder vielleicht euren Avatar euch irgendwie Screenshotten wollt abspeichern. Ansonsten, bald geht das nicht mehr. Was aber jetzt endlich geht, das ist im neuesten Chrome-Update. Und zwar in Chrome 64 lassen sich jetzt endlich Webseiten stumm schalten. Ihr kennt das. Ihr ruft eine Webseite auf und auf einmal plärrt die los, weil die halt Autoplayer hat. Kann teilweise auch sehr peinlich sein, wenn ihr vielleicht gerade auf der Arbeit seid. Ist mir auch schon mal passiert. Also, ich bin eigentlich immer auf der Arbeit, aber halt zum Beispiel in einer Konferenz. Dann hat er losgeplärrt und ihr könnt jetzt pro Webseite, indem ihr oben links neben der URL auf das Icon klickt, wo zum Beispiel auch immer sicher steht, wenn es eine SSL-Seite ist. Dort könnt ihr unter den Webseite Einstellungen angeben, dass die Seite stumm sein soll. Und wenn ihr unter chrome.settings.content.sound nachguckt, habt ihr eine Liste von allen Webseiten, die ihr stumm geschaltet habt. Ja, ein bisschen umständlich auf den ersten Blick, aber zumindest geht es in eine schöne Richtung. Ich finde es gut und werde da bestimmt demnächst einige Seiten jetzt verstummen lassen. Ja, und letztes Thema ist eigentlich nur eine kurze Nachricht. Wir hatten es auch schon im Geek Talk Daily. WhatsApp Business war angekündigt. Ist in einigen Ländern schon gestartet. Und jetzt ist es auch in Deutschland verfügbar. Erstmal nur für Android. Ich selber konnte mich testen, weil mein Android im Büro liegt und nicht hier zu Hause, wo ich gerade den Daily aufzeichne. Ich werde es mir aber auf jeden Fall angucken und bin gespannt und glaube, das ist für KMUs auf jeden Fall ein tolles Thema, wie sie mit den Kunden in Kontakt bleiben können. Und ja, endlich da in Deutschland. Wie gesagt, ich freue mich. Vielleicht auch ein Thema für euch. Und ja, das war es auch für mich für diese Woche Geek Talk Daily. Ich wünsche euch einen tollen Freitag erstmal zum Ende der Woche. Kommt gut in die Schule, kommt gut zur Arbeit. Habt ein schönes Wochenende. Und ab Montag ist dann der Martin für euch da und versorgt euch täglich mit den News. Also, bis dann. Wir hören uns dann über nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.